Ob es dir gefällt oder nicht, Testosteron macht deine Essenz als Mann aus. Es hilft dir Muskeln aufzubauen, sorgt für deinen Antrieb im Leben und im Schlafzimmer, stärkt deinen Geist und dein Herz. Die traurige Wahrheit ist allerdings, die Testosteronwerte sind in der westlichen Welt auf dem Rückmarsch. Die Werte fallen von Generation zu Generation und unabhängig vom Alter. Das liegt nicht zuletzt an unserer schlechten Ernährung. Denn deine Testosteronproduktion läuft nur auf Hochtouren, wenn du ihr den richtigen Treibstoff zur Verfügung stellst. Ich habe schon zahlreiche Videos dazu veröffentlicht und hier und da hast du bestimmt schon einige Lebensmittel aufgeschnappt. Aber eine konkrete Liste fehlt noch. Die wollen wir uns in diesem Video jetzt mal anschauen. Als erstes haben wir Kokosöl. 2018 hielt die Harvard-Professorin Dr. Michels einen Vortrag über gesunde Ernährung und sagte unter anderem, Kokosöl ist das reine Gift. Das Kokosöl ist eins der schlimmsten Nahrungsmittel, die Sie überhaupt zu sich nehmen können. Kokosöl ist das reine Gift. Diese Aussage stützte Sie auf den Fakt, dass Kokosöl vorwiegend gesättigte Fettsäuren enthält. Die stark verarbeiteten pflanzlichen Öle, die vor allem aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren bestehen, nennt sie dagegen gesund. Ihr Vortrag wurde an anderer Stelle schon ausreichend zerlegt. Für dich ist wichtig zu wissen, gesättigte Fettsäuren im Allgemeinen und Kokosöl im Speziellen sind genau die Fette, die deine Testosteronproduktion benötigt. Sie liefern die Bausteine, aus denen Vorläuferhormone von Testosteron hergestellt werden. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren dagegen senken den Testosteronspiegel, da sie Entzündungen im Körper verursachen. Falls du mehr zu den Unterschieden zwischen den verschiedenen Fettsäuren erfahren willst, dann packe ich dir einen Artikel unten in die Beschreibung. Zweitens Obst. Auch wenn Paleo- und Keto-Diäten immer beliebter werden, die eben eine Low-Carb-Ernährung propagieren, sind Kohlenhydrate für deine Testosteronproduktion und deinen Stoffwechsel ganz entscheidend. Obst ist nicht nur reich an Vitaminen, Mineralien und Elektrolyten, es enthält auch die Kombination aus Glucose und Fructose, die dem Körper effizient Energie zur Verfügung stellt. Empfehlenswert sind Mangos, Papayas, Melonen, Bio-Kirschen, Bio-Weintrauben, Orangen und frisch gepresster Orangensaft, Bananen, Datteln und Granatäpfel. Drittens Austern. Keine Liste über Testosteron steigernde Lebensmittel kommt ohne Austern aus. Schon der berüchtigte Verführer Giacomo Casanova soll 50 davon am Tag gegessen haben. Und er scheint in der Tat auf etwas gestoßen zu sein, denn Austern sind voll mit Vitaminen und Mineralien, nach denen sich deine Testosteronproduktion sehnt. Magnesium, Zink, Kupfer, Selen und Vitamin D sind nur einige davon. Ich weiß, bei uns ist es oft schwer und teuer dran zu kommen und ist mehr was für den Sommerurlaub, deshalb machen wir direkt weiter mit dem vierten Punkt. Und das sind die herkömmlichen Kartoffeln. Auch Kartoffeln sind eine exzellente Kohlenhydratquelle. Sie sind besser verdaulich als die meisten Getreideprodukte und enthalten im Gegensatz zu weißem Reis noch zahlreiche Mikronährstoffe. Ali Kupalla von Anabolic Men schwört auf Kartoffeln als Testosteron-Booster. Er sagt, Sweet Potatoes, White Potatoes, Russets, Red Potatoes, Purple Potatoes, etc. If it's a potato, you should be eating it. Potatoes are excellent no-gluten-source of testosterone-boosting carbohydrates. And also very dense in nutrients. Stockpile your pantry full of them and make potatoes your main carbohydrate source. Heck, if you can't fight potato chips, that haven't been laden with polyunsaturated fats, go for those too. 5. Butter Wie Kokosnussöl liefert auch Butter die so wichtigen gesättigten Fettsäuren. Außerdem enthält sie noch die fettlöslichen Vitamine A, D, K2 und E, die alle für die Testosteron-Produktion benötigt werden. In manchen Kreisen wird Butter sogar als Superfood gehandelt. Now I know you've been taught that Butter has saturated fats, so it's gonna clog your arteries and you're gonna die a heart attack. But now even they are saying it's okay to consume and there is no relationship between consuming more butter and getting heart disease, okay? Wichtig ist dabei nur, dass es sich um hochwertige Butter von Tieren aus Weidehaltung handelt. 6. Hochwertiges rotes Fleisch Fleisch kann deine Testosteron-Produktion ebenso senken, wie es dein Testosteron steigern kann. Ob du deinem Körper mit deinem Fleischkonsum was Gutes tust oder ihm schadest, hängt ganz davon ab, welche Qualität deine Fleischprodukte haben. Fleisch aus Massentierhaltung ist vollgepumpt mit Hormonen und Antibiotika. Die Tiere wurden mit einer unnatürlichen Nahrung gefüttert, die ihr Fett entzündungsfördernd macht. Dagegen kann Fleisch von Tieren aus Weidehaltung ein Segen für deine Gesundheit sein. Es ist eine Vitaminbombe, enthält wichtige Aminosäuren und Nährstoffe, die wir nicht aus pflanzlicher Nahrung bekommen können. 7. Kaffee Kaffee verbessert den Stoffwechsel, macht glücklicher, schützt vor Entzündungen und Alzheimer. Der Wirkstoff Koffein regt das Nervensystem an und erhöht die CAMP-Werte. Das ist ein Second Messenger zwischen Zellen und Hormonen und steht dadurch im Verdacht, die Testosteronproduktion zu verbessern. Die Kombination aus Antioxidantien, verbesserter Stoffwechselfunktion und CAMP macht Kaffee zu einem Testosteron-Booster. Achte allerdings darauf, es nicht zu übertreiben, denn alles, was über 2-3 Tassen hinausgeht, steigert zu stark das Stresshormon Cortisol. 8. Paranüsse Die meisten Nüsse sind nicht empfehlenswert, da sie schwer verdauliche Antinährstoffe enthalten und eben vorwiegend aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren bestehen. Paranüsse sind eine Ausnahme. Auch sie haben zwar kein optimales Fettsäurenprofil, aber dafür haben sie eine Superkraft und das ist Zellen. Schon 3-5 Paranüsse denken den Tagesbedarf für dieses essentielle Spurenelement. Zellen ist direkt an der Testosteronproduktion beteiligt und ein Mangel steht in Verbindung mit niedrigeren Testosteronwerten und auch Unfruchtbarkeit. Obwohl wir Obst schon einmal generell abgehandelt haben, bekommen Rosinen, genauso wie Granatäpfel, ihr eigenes Kapitel. Denn sie liefern nicht nur gute Kohlenhydrate und Antioxidantien, sondern auch das Spurenelement Boa. Dieser Nährstoff ist wenig bekannt, spielt aber eine wichtige Rolle für Fruchtbarkeit, Gesundheit und Testosteronproduktion. Schon 10 mg Boa konnten über einen Zeitraum von 7 Tagen den Testosteronspiegel um 28% erhöhen. 10. Eier Eier gelten seit Urzeiten als Garant für Gesundheit und das aus gutem Grund. Sie enthalten hochwertige Proteine, die vom menschlichen Körper optimal verwertet werden können. Daneben sind sie noch randvoll mit Vitaminen und Mineralien und das Eigelb liefert einen wichtigen Rohstoff für die Testosteronproduktion, und zwar Cholesterin. Auch hier, wenn du dir noch Sorgen machst, dass Cholesterin dein Herz explodieren lässt, ich packe dir einen Link in die Beschreibung, da kannst du dem Mythos nochmal auf den Grund gehen. Als nächstes kommt Ingwer. In der Gesundheitsblogger-Szene gilt Ingwer als ein Wunderheilmittel mit fast magischen Fähigkeiten. Davon bin ich noch nicht überzeugt, aber Fakt ist, Ingwer enthält einen mächtigen Wirkstoff mit dem Namen Gingerol. Das ist ein starkes Antioxidant und als regelmäßiger Teil der Ernährung kann Ingwer den Testosteronspiegel steigern, in einer Studie sogar um satte 17%. Als nächstes rohe Kakaoprodukte. Solange der Kakaoanteil hoch genug ist, kann Schokolade tatsächlich ein Testosteronbooster sein. Unverarbeiteter roher Kakao ist ein wunderbares Lebensmittel, das nicht nur gut für deine Gesundheit ist, sondern auch deine Testosteronproduktion. Er ist vollgepackt mit Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Außerdem hat roher Kakao ein ausgezeichnetes Fettsäurenprofil vorzuweisen mit 61% gesättigten Fettsäuren, 37% einfach ungesättigten und nur 2% mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Schokolade mit 80% und mehr Kakaoanteil ist ein optimaler Testosteronsnack für zwischendurch. Und dann Avocados. Die Avocado ist eine besondere Frucht, denn anders als bei ihren Verwandten kommt der Großteil ihrer Kalorien aus Fett und nicht aus Kohlenhydraten. Gut für uns ist, dass 71% dieser Fettsäuren einfach ungesättigt sind. Zudem ist die Avocado voll mit fettlöslichen Vitaminen und insbesondere Vitamin E, das vor Entzündungen schützt und Testosteron steigert. Dann Champignons. Nicht jeder ist ein Fan von Pilzen, aber du tust gut daran, für Champignons eine Ausnahme zu machen. Denn sie reduzieren stärker als die allermeisten anderen Lebensmittel das weibliche Hormon Östrogen. Champignons enthalten Stoffe, die das Aromatase-Enzym unterdrücken. Und dieses Enzym ist für die Umwandlung von Testosteron in Östrogen zuständig und ist gerade bei übergewichtigen Männern ein Hauptgrund, warum sie zu viel Östrogen produzieren. Dann haben wir Granatäpfel. Auch Granatäpfel verdienen eine eigene Erklärung. Denn in einer Studie konnten die Teilnehmer ihren Testosteronspiegel um 24% steigern, indem sie für zwei Wochen täglich Granatapfelsaft tranken. Die Nummer 16 sind Zwiebeln. In einer Studie gaben die Forscher einigen bemitleidenswerten Nagern, täglich frischen Zwiebelsaft zu trinken. Die Testosteronwerte stiegen um satte 300%. Natürlich bist du kein Nager und ich für meinen Teil verzichte lieber vorerst auf den Konsum von Zwiebelsaft. Aber trotzdem ist davon auszugehen, dass Zwiebeln auch bei uns einen positiven Effekt auf die Testosteronproduktion haben. Selbst wenn du sie auf die herkömmliche Art verzehrst. Und eng damit verbunden ist Knoblauch. So gut wie jedes Gericht schmeckt besser mit ein bisschen Knoblauch und abgesehen von schlechtem Atem sorgt er noch für höhere Testosteronwerte. Knoblauch gilt in der alternativen Medizin als natürliches Antibiotikum. Er bekämpft Entzündungen, senkt Cortisol und erhöht Testosteron. Wie Knoblauch genau das macht, ist nicht genau bekannt, aber in starkem Verdacht steht der Wirkstoff Allicin. Und als nächstes Gelatine oder Kollagen. Noch vor wenigen Generationen war es üblich, Tiere zu halten, um sich selbst versorgen zu können. Das war kostschwierig und zeitaufwendig. Deshalb wurde nach der Schlachtung das komplette Tier verwertet. Das bedeutet, Knochen, Organe und sonstige Gewebe wurden genauso gegessen wie das Muskelfleisch. Wir haben heutzutage den Luxus, im Supermarkt direkt die saftigsten Teile zu kaufen und den Rest links liegen zu lassen. Dadurch essen wir allerdings ein sehr unausgewogenes Aminosäurenprofil. Uns fehlen dann die Aminosäuren, die vorwiegend in Knochen- und Bindegewebe vorkommen. Und das sind Glycin und Prolin. Eine ausgewogene Versorgung mit Aminosäuren ist wichtig für die Schlafqualität und die Energieproduktion des Körpers. Wenn du Gelatine isst oder kollagenes Eiweiß als Ergänzungsmittel einnimmst, dann kannst du dein Aminosäurenprofil ausgleichen. Und dann mehr Salz. Salz, wie wir es kennen, enthält wichtige Mineralien und reguliert den Wasserhaushalt. Das macht Salz für deinen Körper sehr kostbar. So kostbar, dass bei einer Unterversorgung mit Salz das Hormon Aldosteron stärker produziert wird, um Salz im Körper zu behalten, statt es auszuspülen. Aldosteron ist allerdings ein Stresshormon. Dadurch lässt sich Salzmangel als Stresszustand für den Körper charakterisieren, der sich auszeichnet durch Kopfschmerzen, Krämpfe, Schwäche und Reizbarkeit. Salz ist allerdings nicht gleich Salz. Herkömmliches Tafelsalz enthält kaum noch Mineralien und Spurenelemente und wird stattdessen mit anderen Stoffen angereichert. Kaufe dir nur echtes, kaum verarbeitetes Salz. Die Nummer 20 ist dann auch schon Honig. Honig ist eine sehr gute Kohlenhydratquelle, solange du keine Unverträglichkeiten hast. Hoher Honig vom Imker ist nicht nur günstig, sondern enthält auch zahlreiche Enzyme, Mineralien und Vitamine. Das macht ihn zu einem starken Antioxidant und potenziellen Testosteron-Booster. Und die 21 ist Beef Jerky. Trockenfleisch aus Weihaltung ist ein großartiger Snack für zwischendurch. Die Tiere waren kein Pestiziden, Hormonen oder schädlichen Antibiotika ausgesetzt. Und ihr Fleisch enthält genau die Fette und Proteine, die deine Testosteron-Produktion braucht. So, das waren auch schon 21 Lebensmittel, die deine Testosteron-Produktion anheizen. Ich füge dir eine PDF an, die du ausdrucken oder auf dein Handy ziehen kannst, um sie bei deinem nächsten Einkauf dabei zu haben. Neben dem richtigen Training und Schlaf ist das hier ein riesiger Schritt zu hohem Testosteron werden. Egal wie alt du bist.